Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es mal wieder um Gadgets und zwar habe ich ein paar coole Gadgets für den Alltag rausgesucht, die mich in den letzten Wochen begleitet haben. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Starten wir auch gleich mit dem ersten Gadget und das kommt aus dem Hause Anker Soundcore und zwar handelt es sich hierbei um die Soundcore Liberty Pro 2. Das Ganze sind True Wireless Kopfhörer, das heißt keine nervigen Kabel oder so im Alltag und das ist natürlich ein wahrer Pluspunkt. Außerdem gibt es auch diese coole Ladeschale und hier kann man den Deckel einfach nach oben swipen und dann kommen auch schon die beiden Kopfhörer zum Vorschein. Das Koppeln am Anfang ist auf jeden Fall auch sehr leicht. Einfach über Bluetooth mit dem iPhone bzw. das jeweilige Smartphone dann verbinden und dann findet alles automatisch statt. Es gibt hier auch noch die Soundcore App. Darüber habt ihr jetzt auch noch die Möglichkeit, das Ganze noch so ein bisschen besser auf eure Ohren bzw. auf eure Vorlieben in puncto Sound einzustellen. Oder ihr könnt hier auch aus 22 vorgefertigten Audioprofilen wählen. Da ist bestimmt auf jeden Fall für jeden etwas dabei, denn jeder nimmt halt die Musik ein bisschen anders wahr. Der eine mag mehr Bass, der andere mag mehr die Höhen und so weiter. Also da denke ich mal, sollte für jeden etwas Passendes dabei sein. Apropos etwas Passendes dabei sein. Kommen wir nun zum Tragekomfort und hier gibt es auch verschiedene Ohraufsätze. Testet hier auf jeden Fall die verschiedenen Ohraufsätze so ein bisschen durch, damit ihr sehen könnt, was passt für euch am besten. In puncto Tragekomfort muss ich sagen, sie sitzen sehr angenehm im Ohr und auch wenn man sie über längere Stunden im Alltag dann trägt, hatte ich jetzt keine Probleme, dass es irgendwie drückt oder irgendwie Schmerz. Das war auf jeden Fall wirklich sehr angenehm. Als ich die Liberty 2 Pro dann das erste Mal ausprobiert habe bzw. darüber Musik gehört habe, war ich extrem positiv überrascht. Denn der Sound ist wirklich so unnormal klar und das merkt man auch bei Telefonaten, also wenn man hier rüber telefoniert. Und hier gibt es jetzt auch eine Besonderheit und zwar ACAA. Dahinter steht Astra, Koaxial, Akustik, Architecture. Und das sorgt dann einfach nochmal für deutlich klareren Sound und für einen guten Bass. Und ich muss sagen, soundtechnisch bekommt mir hier wirklich einiges auf die Ohren. Das nächste Gadget ist mehr so ein Outdoor-Gadget und zwar handelt es sich hierbei um den Sunnybag Sunbooster. Das Ganze sind hier nämlich drei Solarpaneele und darüber könnt ihr dann einfach euer Smartphone, euer Powerbank, iPad, Smartwatch, was auch immer aufladen. Denn es gibt hier USB-Ports und zwar hat man hier insgesamt eine Leistung von 21 Watt. Das heißt, jedes der drei Solarpaneele hat jetzt hier eine Leistung von 7 Watt. Und auf der Rückseite sieht man ebenfalls auch eine LED. In diesem Fall leuchtet die sich hier rot und die zeigt einem an, wie lange man jetzt braucht, um das Smartphone aufzuladen. Hier ist jetzt natürlich, ja ich sag mal, bedingt nur Sonne im Studio. Hier haben wir jetzt nicht so die krassen Sonnenanstrahlung. Aber wenn man das draus macht, geht es natürlich deutlich besser. In meinem Fall wird es jetzt fünf Stunden dauern laut der LED. So kann man dann sein Smartphone auch von unterwegs aufladen. Und ich muss sagen, das Ganze macht auf jeden Fall einen super robusten Eindruck. Das wirkt jetzt nicht irgendwie billig oder schlecht verarbeitet, sondern es wirkt auf jeden Fall extrem stimmig. Und ist auch zudem wetterfest, regenfest. Also wenn ihr jetzt irgendwie mal in der Natur unterwegs seid und jetzt nicht die nächsten Tage vielleicht eine Steckdose habt. Oder wenn ihr einfach so ein bisschen umweltbewusster, sage ich jetzt einfach mal euer Smartphone aufladen möchtet. Dann könnt ihr es hiermit auf jeden Fall tun. Für das nächste Gadget, da müssen wir jetzt wieder reingehen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Devolo WLAN Repeater. Ich habe ja schon einige Devolo Produkte aus der Magic oder beziehungsweise Powerline Serie euch gezeigt. Jetzt gibt es auch einen sehr coolen WLAN Repeater und was ich als super, super Pluspunkt einfach bei dieser Powerline Serie sehe, ist halt einfach, man verliert hiermit keine Steckdose. Ich kenne viele WLAN Repeater, die steckst du einfach in die Steckdose, aber du verlierst dann halt auch einfach an der Steckdose. Das ist hier nicht der Fall. Ich kann jetzt hier ganz normal eine Lampe anschließen, einen Computer, was auch immer. Also man hat hier weiterhin eine Steckdose. Die Einrichtung ist hier auch eigentlich Plug and Play. Das verbindet sich alles automatisch, beziehungsweise wenn ihr zu Hause schon ein bestehendes Powerline Netz habt, dann ist das natürlich noch mal besser. Da hat man eine noch bessere Abdeckung des Ganzen für zu Hause. Ihr könnt natürlich diesen WLAN Repeater hier mit jedem gängigen Router, der so auf dem Markt ist, benutzen. In meinem Fall nutze ich eine Fritzbox und erweitere somit jetzt einfach nochmal das WLAN Netz. Gerade hier oben habe ich halt einfach wirklich schlechtes WLAN Netz, da die Fritzbox unten steht. Und jetzt ist das hiermit auf jeden Fall deutlich, deutlich besser geworden. Außerdem gibt es hier auch die Mesh Funktion. Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine smarte Vernetzung der ganzen Geräte und eine Maximalgeschwindigkeit von 1200 Mbit pro Sekunde. Das ist natürlich nur der Optimalfall. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, auch im Regelfall, beziehungsweise in der normalen Anwendung zu Hause, da funktioniert es wirklich sehr gut. Und man kann sein WLAN Netz einfach nochmal deutlich besser erweitern. Es gibt hier auch noch zwei LAN Ports, da könnt ihr ebenfalls wie bei den anderen Powerline Adaptern hier noch ein LAN Kabel anschließen und irgendwie dann noch etwas, eine Festplatte zum Beispiel, was ihr auch immer anschließen möchtet, anschließen. Über die Divolo Network App kann man dann auch nochmal prüfen, ob jetzt alles sinngemäß funktioniert. Ob die Ausbreitung des Signals auch ausreichend ist, beziehungsweise ob der vielleicht etwas dichter an den Router soll, um halt eine bessere Signalleistung zu gewährleisten. Aber ich muss sagen, ich bin im Alltag auf jeden Fall extrem zufrieden gewesen von der Funktionsleistung des Ganzen und er hat auf jeden Fall seine treuen Dienste bei mir im Alltag gemacht. Nun sind wir auch schon wieder beim letzten Produkt angekommen und hier bleiben wir ebenfalls drin. Hier geht es nämlich um das Happy Hacking Keyboard Professional Hybrid. Das Ganze ist eine extrem kompakte kabellose Tastatur. Ihr könnt sie allerdings auch über USB-C verwenden, aber ich habe sie eigentlich die meiste Zeit über Bluetooth direkt mit meinem iMac benutzt. Und jetzt seht ihr schon, die Tastatur ist wirklich super, super kompakt. Das heißt, man kann sie auch ohne weiteres mal mitnehmen. Ich habe in meinem Fall die schwarze Farbvariante und von der Verarbeitung, muss ich sagen, bin ich ebenfalls sehr zufrieden. Das macht hier auf jeden Fall einen stimmigen Eindruck und ich habe jetzt irgendwie kein Knarzen oder irgendwie ein Klappern hier. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Tastatur in zwei verschiedenen Winkeln aufstellen kann. Da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, was für euch das Passende ist. Ich hatte jetzt auch keine Krämpfe nach einer Zeit oder so. Auch über einen längeren Zeitraum, muss ich sagen, konnte ich hier extrem gut arbeiten damit. Des Weiteren gibt es ja auch die Funktion der Key Mapping Einstellungen, dass die hier gespeichert werden. Das heißt, wenn ihr sie einfach mit verschiedenen Geräten benutzt, seid ihr hier auch immer up to date. Verbaut sind hier im Übrigen die toppere Tastenschalter. Die hat einfach für ein weicheres Tippen stehen und jetzt auch nicht dieses typische Klackern bei einer mechanischen Tastatur haben. Also ihr hört schon, das ist auf jeden Fall deutlich leiser. Das Einzige bei der Leertaste, da finde ich, da könnte es vielleicht noch ein bisschen leiser sein. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es auf jeden Fall sehr angenehm und jetzt nicht zu laut. Alles in allem ist das auf jeden Fall eine sehr kompakte mechanische Bluetooth-Tastatur. Die kann man auch ohne weiteres, wie gesagt, mal unterwegs mitnehmen. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, das ist der Preis. Der liegt nämlich aktuell bei 339 Euro. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stolzer Preis. Allerdings, man bekommt auch einiges dafür. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, finde ich ihn aktuell etwas zu teuer. Aber das Happy Hackigen Keyboard ist ja bestimmt für einige schon ein Begriff, auch aus der Vergangenheit. Und wer bereit ist, so einen Preis dafür auszugeben, der wird hier auf jeden Fall auch belohnt. Ansonsten findet ihr alle weiteren Infos unten in der Videobeschreibung, da auch die ganzen Links zu den Produkten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.